Danke schön! Wenn Menschen mit dem Leben auch schwer sind, um zu uns zu kommen, dann machen sie das, weil sie uns Schutz suchen. Und nicht weil sie uns unser Geld holen, sondern weil sie einen neuen Platz suchen, an dem sie Ruhe finden, an dem sie ihre Traumarte überarbeiten können, ein Teil unserer Gesellschaft zu werden. Die wollen nicht unser Geld sein, die wollen versuchen, dieses Land schöner, kräftiger und stärker zu machen. Und das ist unsere Pflicht, ihnen dabei zu helfen, ihnen dabei abzunehmen und nicht zu liefern. Feuerlicht! Jetzt klemmt gerade was. Die Hose zu eng! Wir haben gerade eine technische Panne, die versuche ich jetzt zu überspielen, in der ich vielleicht noch was aus der Schweiz erzählen kann. Alles gut! Alles gut! Die Hose zu eng! Die Hose zu eng! Die Hose zu eng! Die Hose zu eng! Das sind die Hose zu eng! Die Hose zu eng! Die Hose zu eng! Die Hose zu eng! Nicht mehr zu verlieren, weil ich nicht schaffe, dich zu missen, zu anplatzen, dein Quartier und nicht, was du gespart hast. Einige Zeitung, die ich nehm. Einige Zeitung und sonst nichts. Neue Lunge, die sich kompaktisch fühlen, stimm wie ich mich auf und nicht schreien. Hast du noch Liebe irgendwo? Steht vielleicht ein bisschen? Ich bin der ungebetene Gast, zerschlittert um sie stunden. Palazzo ist durchmessen. Palazzo ist ein älster Wett. Ich bin der ungebetene Gast, zerschlittert um sie zu kümmern. Ich bin der ungebetene Gast, zerschlittert um sie zu kümmern. Ich bin der ungebetene Gast. Ich bin der ungebetene Gast. Ich bin der ungebetene Gast, zerschlittert um sie zu kümmern. Ich bin der ungebetene Gast, zerschlittert um sie zu kümmern. Ich bin der ungebetene Gast, zerschlittert um sie zu kümmern. Das ist ja nicht so. Ich bin der ungebetene Gast. I don't know if we can, we can be the first gift. To the of us, our Seine, we can be the first gift. I don't know who the gift to the Lord, to the first gift. We can also be the one who has the gift from us, that we can be our best gift. untertitelung im Auftrag des WDR Vielen Dank.